wir starten mal mit level 69 ist viel kaufzeit zu 8 level wird es mal geschafft wahrscheinlich nicht mal schauen wie weit es heute geht der war gekonnt genau so geplant auf jeden fall vielleicht bis 75 mal so gute prognose wir hier bestellen level 70 auf jeden fall das heißt zu erleben sind drin schauen wie hoch das springt ich wurde aber mit getroffen ja so geht es natürlich aber warum ist das ich muss ja rechts lang oben könnt ihr nur so ein bild sein eventuell wir wollten ein block nur ja das schon diese grauen steine hier kommen heißt es ja wohl ziel level 70 die wüste wird immer heißer lustig verdursten dann sehen wir aus wie dieser freund kleine abkühlung münzen kann man ja gut sammeln noch mal drückt einmal aber das stimmt nicht noch ziemlich schnell nach oben nur richtig langsam können hier unten kommt so zurück ja ich kann noch durchschwimmen wenn wir so ne ich schwimme bis zum ende hier ist auch so geiler fehler diese schwimmbewegungen außerhalb das war es das noch 3 sterne nice wow wir starten direkt mit level 71 ach da ist ein stacheln über mir oh mein gott mit wasser level ne kleine oase oder große vielleicht das ist doch eine fata morgana das ist jetzt hier gerade schwimmen du hast stacheln über kann ich nicht drauf genau hau ab vielleicht gibt er hier einen pilz also das ist jetzt level 71 oder 70 jetzt schon zu verwirrt aber schön langes level schönes wasser level ohr da muss mehr schnell sein und wieder dieser feder und sieht jetzt aus wie ein frosch Boi biii weiter zu 72 genau das war 71 7 auch keine wüste mehr so wald im hintergrund und seh schoss dritte mal dritte level hintereinander wo etwas wasserin ja das ist jetzt diese 2 prozentige chance zu einem alten was sich eine letzte folge am ende noch zwei teile sonst wenn jetzt hier nichts zu halten kommen das aber auch schon erhöht im laden immer kommt immer fast aussehen wird fast weise schönes wasser da wieder alles davor fand ich besser abkürzung zum ziel da ist eine münze komme ich da runter und okay sonst wird es ja keinen sinn machen auch wieder wasser heute wieder geschwommen da können wir sogar jetzt um lang habe ich jetzt nichts besonderes gesehen nein da der kommt wieder zurück ich will gar nichts aus dem fisch der hopp hat er geht doch so schräg was ich bin gar nicht drauf was weiß ich nein vorher mal sieht einfach nicht vorurten dinger runterkommen spring auf dich klar gleich drauf kommt zurück zack bringt mir jetzt auch nichts wenn ich tot gehe dann bin ich gelieber kann ich jetzt schieben ein leider nicht muss zurück und dann ist ja eine weg das ist ja schon mal gut wenn ich nicht auch sagt das wassers das ist ja noch mal ja ist ja wieder normal ne nein mike dein ernst oh nö als in vorne oh nö als in vorne so oh nö als in vorne an themen hier muss ich jetzt rum na in zu sein runter ja fast auch wieder hin ho 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 Na, weg mit dir. Bekomme ich bitte einen Pilz? Ich habe auch bitte gesagt. Oh, das ist so ein random Pilz. Weg. Lass mich in Ruhe. Ja. Gekillt habe ich den Pilz. Okay, hier geht es nicht weiter. Wir müssen runter. Ganz leise. Und wir konnten ins Ziel. Level 74. Heute wird echt gefilmt. Oh, soll es da raus? Kommt er nicht raus? Ah, da stirbt sogar. Wir müssen oben dann sogar. Du, 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 du. Hier ist alles zu. Hier komme ich raus. Da nicht, ne? Hier können wir jetzt schnell vorbeischwimmen. Komm, ja, können wir ein bisschen abkürzen. Nois. Okay, ich fliege gerade nach links. Das ist gut. Dann kann ich jetzt da rüber. Und dann, wo die Münzen sind, einfach, einfach hoffen, dass es klappt. Die Eideln nämlich auch noch mitkommen. Ja, somit haben wir ja schon 74 abgeschlossen. Das machen wir doch noch heute. Level 75. Ja, wir, dieser hier, der Piz, war diese Random Item und die Blume sollte normal sein. Nü, ich springe in Wasser, in Weiß. Runter geht's nicht. Ja, springe rüber. Einfach Jolo. Okay. Weg. Ja, kommt genau da von oben runter, ne? Rädner. Juu, juu. Ich will mich sicher fühlen mit einem Pilz oder einer Blume. Einfach weiter. Jetzt sind wir ja schon am Ziel. Sind wir überhaupt diesmal dick in Europa gegangen? Ich glaube gar nicht, oder? Und wenn, dann ist es nicht so wichtig gewesen. Mal nächstes Mal starten wir dann mit Level 76, kommen dann wahrscheinlich zu Level 80 und im nächsten Mal schauen, was uns dort erwartet. Dann herzlich willkommen zu schauen. Sagt nur noch, ich bin euer Boss, ihr bleibt fit in Shade. Und tschau. Ich habe mich nicht sotill, aber ich glaube viel zurück. Durch das ist auch schon soisk. Wir sind nicht so �jἴ�, wir sind jetzt zehnmal Celsius. Bis zum nächsten Mal. 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 Drisierung.